In diesem Video möchte ich speziell auf die in der Kostenrechnung auftretenden kalkulatorischen Kostenarten eingehen. Kalkulatorische Kostenarten sind jene Kostenarten, die entweder in der Finanzbuchhaltung keinen entsprechenden Aufwand haben, das wären die sogenannten Zusatzkosten, oder im externen Rechnungswesen anders bewertet werden, das wären die sogenannten Anderskosten. Wir finden als Anderskosten spezielle kalkulatorische Kostenartenkategorien wie die kalkulatorische Abschreibung, die kalkulatorischen Wagnisse und je nach Zurechenbarkeit kalkulatorische Zinsen bzw. die kalkulatorische Miete. Zusatzkosten wären das schon genannte Beispiel des kalkulatorischen Unternehmerlohns bzw. wieder die kalkulatorischen Zinsen bzw. die kalkulatorische Miete. Auf die beiden Beispiele Abschreibung bzw. Zinsen möchte ich auf eigenen Folien im Anschluss detaillierter eingehen. Wir sprechen von kalkulatorischen Wagnissen, wenn wir im Unternehmen Kosten für Risiken bzw. Schadensfälle ansetzen, die entweder keine Versicherungsaufwendungen gegenüberstehen haben, sprich z.B. bei Forderungen, wo die Forderungen nicht adäquat versichert sind oder wo für Wagnisse kein entsprechender passender Wertansatz in der GmV im externen Rechnungswesen durchgeführt wurde. Beispiele für solche kalkulatorischen Wagnisse wären Beständewagnisse, Anlagenwagnisse, Entwicklungswagnisse oder z.B. Vertriebswagnisse in Form von Forderungen. Für jene Forderungen als Beispiel, die eben nicht versichert wurden, kann dann ein durchschnittlicher Wert aus z.B. den letzten Jahren angesetzt werden. Wären z.B. in den letzten Jahren 2% Forderungsausfall im Schnitt angefallen, so kann man diesen Wert basierend auf den nicht versicherten Umsatz hochrechnen und dies dann als kalkulatorische Wagnisse für Forderungen in der Kostenartenrechnung anstelle der wirklich eingetretenen Forderungsausfälle ansetzen. Kalkulatorische Miete als zweite wesentliche Kostenart wird angesetzt, falls der Unternehmer oder die Unternehmerin Immobilie, Gebäude bzw. ein Grundstück gratis dem Unternehmen überlässt, am Ende aber dafür trotzdem ein Entgelt in Form von einem Namen aus dem Unternehmen haben möchte. Diese kalkulatorische Miete kann in die Kostenrechnung eingehen und am Schluss logischerweise in die Kalkulation der Produkte, indem ein vergleichbares Entgelt für Miete in der Region je Quadratmeter Kategorie angesetzt wird und dieser Wert dann entweder zusätzlich in die Kostenartenrechnung einfließt, dies wäre der Fall, wenn ausschließlich gesamte Grundstück bzw. Gebäude vom Unternehmer überlassen wird oder als Anderskosten, dies wäre der Fall, wenn schon Mieten aus der G&V übergeleitet werden und der Gesamtansatz der Mieten sich durch diese weiteren kalkulatorischen Mietansätze verändert. Der kalkulatorische Unternehmerlohn wurde schon behandelt, dies wären jene Engelte in den Personengesellschaften, die nicht auf der Payroll sind und die wir ähnlich wie bei der Miete mit einem vergleichbaren Wert aus der Branche für die Tätigkeit des Unternehmers oder der Unternehmerin Kalkulationen ansetzen. Gehen wir nun auf die zwei großen und wesentlichen kalkulatorischen Kostenarten, die Abschreibung und die Zinsen ein. Bei der Abschreibung gilt es zuerst einmal die Gründe für den Anlagenverbrauch zu ermitteln, sprich wir sollten im ersten Schritt einmal feststellen, welche Anlagen unterliegen überhaupt einem Anlagenverbrauch, welche Ursachen gibt es für die Wertminderung und final dann, wenn dies abgeschlossen wird, und das finden wir dann ganz klassisch in der Anlagenbuchhaltung als Basis, die Wertminderung zu berechnen. Dies einerseits auf Basis der Regeln des externen Rechnungswesens, andererseits nun auf Basis der Regeln für die kalkulatorische Abschreibung, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Zur Berechnung der Abschreibung haben wir vier wesentliche Stellparameter. Diese vier Parameter finden wir sowohl in der FIBU beziehungsweise in der Kostenrechnung, das wären als erstes einmal die Abschreibungsbasis, sprich entweder in der Finanzbuchhaltung die Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten oder in der Kostenrechnung, wo wir von einem Wiederbeschaffungswert anstelle dieses historischen Anschaffungswert sprechen. Motivation hierfür ist, dass zum Beispiel bei alten Gebäuden dieser historische Ansatz bereits für eine Substanzerhaltung nicht mehr tauglich ist und man mit dem Wiederbeschaffungswert entweder einen Tageswert ansetzt, einen aktuellen Wert oder sogar durch Indizierung einen Prognosewert für die tatsächliche Wiederbeschaffung einer neuen Anlage, einer Maschine beziehungsweise eines Gebäudes. Die Abschreibungsdauer kann sich ebenso unterscheiden zwischen externen und internen Rechnungswesen, während im externen Rechnungswesen für die Abschreibungsdauer die Nutzungsdauer nach UGB beziehungsweise Steuerrecht herangezogen wird auf Basis von AFA-Tabellen, kann in der Kostenrechnung für die kalkulatorische Abschreibung eine Nutzungsdauer, die realistisch, sprich die genau für das Unternehmen passend ist, für einzelne Anlagenkategorien verwendet werden. Beim Abschreibungsverfahren wird in Österreich sehr oft das lineare Abschreibungsverfahren sowohl im externen als auch im internen Unternehmensrechnung verwendet. Ab und zu die Leistungsabschreibung, falls es große Unterschiede in der Verwendung zum Beispiel von Maschinen in den einzelnen Perioden und im Output dieser Maschinen gibt, beziehungsweise im IFS finden wir die Methode des ProRata Temporis-Ansatzes. Haben wir zum Ende der Nutzungsdauer noch einen Restwert für Maschinen, so kann dieser bei der Berechnung der Abschreibung abgezogen werden. Prinzipiell findet die Berechnungsmethodik immer als eine Division der Abschreibungsbasis, zum Beispiel hier in der Kostenrechnung des Wiederbeschaffungswertes, durch die Abschreibungsdauern, hier bei der kalkulatorischen Abschreibung, durch die realistische Nutzungsdauer statt. Bei der zweiten Kategorie, den kalkulatorischen Zinsen, gehen wir davon aus, dass neben den Fremdkapitalzinsen, welche in der G&V als Aufwand verbucht werden, auch die Eigenkapitalzinsen eine wesentliche Rolle für die Kalkulation von Produkten oder Dienstleistungen spielen. Der Eigenkapitalgeber erwartet sich, ähnlich wie der Fremdkapitalgeber, ein Entgelt für die Zurverfügungstellung dieses teilweise riskanten Kapitals. Dies darf aber aus rechtlichen Gründen in der G&V als Aufwand nicht dargestellt werden. Und so werden zusätzlich zum Fremd auch die Eigenkapitalkosten in der Kostenrechnung angesetzt. Entweder als Gewinnaufschlag, dies ist aber eine sehr pauschale Methode, oder eben als wirklich errechnete kalkulatorische Zinsen, die dann über die Kostenarten- und Kostenstellenrechnung in die Kalkulation einfließen. Dieses Slide zeigt die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen, hier gesamthaft als sogenannte Anderskosten, indem wir eine Basis, das ist das betriebsnotwendige Kapital, mit einem modifizierten Zinssatz, einem sogenannten kalkulatorischen Zinssatz multiplizieren, um so die kalkulatorischen Zinsen zu erhalten. Für die Basis dieses betriebsnotwendige Kapital schauen wir in unsere Bilanz und gehen aktivseitig einmal vom Gesamtvermögen aus, welches um neutrales Vermögen, wie zum Beispiel nicht genutzte oder fremdvermietete Gebäude, entlastet wird. Zusätzlich wird nicht bilanzielles Vermögen, wie zum Beispiel Entwicklungsleistungen, noch hinzugezogen, um zum betriebsnotwendigen Vermögen zu kommen. Von diesen werden nicht zinstragende Positionen wie Kundenanzahlungen oder langfristige Rückstellungen subtrahiert, sodass wir dann zum betriebsnotwendigen Kapital kommen. Dies steht, wenn man es passivseitig vergleicht, sowohl für den Eigenkapitalanteil als auch für den zinstragenden Fremdkapitalanteil und bildet so eben diese erste Komponente unserer Zinsberechnung. Als zweiten wesentlichen Faktor brauchen wir noch den Zinssatz. Dieser Zinssatz kann als gewogener Zinssatz aus einerseits einem Eigenkapital und andererseits aus einem Fremdkapital-Zinssatz errechnet werden. Der Eigenkapital-Zinssatz orientiert sich klassisch an einem langfristigen risikolosen Kapitalmarktzins, wo dann noch klassisch für die Branche des Unternehmens, die Peergroup und eventuell auch noch die unterschiedlichen Risikos des Unternehmens in der Peergroup selbst, Veränderungen in diesem sogenannten Capital Asset Pricing Model durchgeführt werden. Der Fremdkapital-Zinssatz kann klassisch aus den einzelnen Talentsverträgen ermittelt werden. Multipliziert man die beiden Zinssätze mit ihren Gewichten aus der Bilanz, sprich mit dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ansetzen, so kommt man zu diesem gewogenen Mischzinssatz, im Englischen auch WACC oder Weighted Average Cost of Capital genannt. Und durch diese Multiplikation der beiden Faktoren kommen wir schlussendlich in der Kostenartenrechnung von den Fremdkapitalzinsen zu den gesamten kalkulatorischen Zinsen.